Pesco Rocchiano erhebt sich auf 806 Meter über dem Meeresspiegel und liegt fast 50 Kilometer von Riti entfernt. Die 1.990 Einwohner verteilen sich auf die zahlreichen Weiler auf einer Fläche von 94 Quadratkilometern. Das Fürstenschloss und das Belfedere sind zweifellos die charakteristischsten Orte der Gemeinde. Von der Altenburg ist nur noch ein Turm übrig, der heute ein Privathaus ist. Von großer Bedeutung ist auch das Schloss Roccaba Adi, das sich im gleichnamigen Weiler befindet. Die heute zerstörte Burg wurde im 10. Jahrhundert gegründet. Ein Komplex aus fossilen Höhlen, auch bekannt als Ingiutitoyo de Iwalde, Wari, wurde 2033 eingeweiht. Die Touristenroute beginnt in der Nähe des Parkplatzes und führt über einen Leerpfad mit neun Bildtafeln. Untertitelung des ZDF, 2020